Hallo liebe Naturfreunde, heute schauen wir uns den Schneeball Likör und Sirup an, den wir vor zwölf Monaten hergestellt haben. Den Sirup haben wir ohne Einkochvorgang hergestellt und somit war die Haltbarkeit fraglich. Das geöffnete Sirupglas habe ich zwölf Monate im Kühlschrank gelagert und es hat sich weder in Konsistenz noch in Farbe oder Geschmack am Sirup irgendetwas verändert. Das heißt, dieser Sirup ist auch ohne Kochen haltbar. Im deutschsprachigen Raum findet man kaum Anleitungen zum Thema Schneeball, daher habe ich mir für diesen Sirup ein russisches Rezept zum Vorbild genommen. Was auf jeden Fall auf den ersten Blick auffällt, ist, dass der Sirup seine sehr schöne rote Farbe behalten hat, der Likör ist hingegen braun geworden. Geschmacklich hat sich der Likör allerdings durch die lange Lagerzeit sehr stark verändert, der Geschmack geht nun Richtung Erdbeere. Im Experiment haben wir einen Teil des Likörs auch mit den Kernen des Schneeballs angesetzt, um herauszufinden, ob diese das Aroma über einen längeren Zeitraum beeinflussen. Die beiden Likörer schmecken allerdings absolut gleich. Das Einzige, das mich insgesamt am Likör stört, ist, dass er seine schöne grellrote Farbe verloren hat. Daher würde ich den Likör in Zukunft wie folgt herstellen. Ich würde zunächst nur den Sirup machen und diesen lagern und den Likör dann bei Bedarf mischen, indem man zum Beispiel Wodka 1 zu 1 mit dem Sirup vermischt. Dieser frisch angemischte Likör hat dann genau die gleiche Farbe wie unser Likör ganz zu Beginn. Und geschmacklich sind die beiden Liköre absolut gleich. Die beiden Links zu den ursprünglichen Videos für Schneeball-Sirup und Schneeball-Likör verlinke ich euch in der Videobeschreibung dieses Videos. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende des Videos. Ich finde den Schneeball für die Likör- und Sirup-Zubereitung sehr interessant, sowohl optisch als auch geschmacklich. Und wahrscheinlich machen wir heuer im Herbst nochmal ein Experiment damit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen.